Musikalisch machen wir jetzt auch so ein bisschen so einen verrückten Sprung, auch wenn ihr Bandname überhaupt nicht darauf schließen lässt. Die vier, die jetzt bei uns auftreten, zwei Mädchen, zwei Jungs, die stammen allesamt aus München. Ihren Sound haben sie ein Bay-Volk, Bay-Volk, Getauf Bay steht für, einerseits eben für diesen lässigen Live-Data-Style in der Bay Area bei San Francisco, andererseits ist es auch einfach die Abkürzung für Bayerisch und die lässt sich unschwer überhören, Tuba-Hackbrett-Schlagzeug. Ab, so heißt der Titel und sie heißen Impala Ray. Musikalisch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020